Moin Leute, ich habe hier ein kleines Infovideo für euch. Und zwar habe ich hier ein tolles Banner bekommen von CPM Crafter. Das hat er für mich extra gemacht, da verlinke ich auch unten sein Video dazu. Da hat er nämlich ein kleines Speed Draw von gemacht. Und als Info für euch, ich mache demnächst ein Videoprojekt mit Integra Air und Feuermund zusammen. Da nehmen wir nämlich eine kleine Minecraft Map und tauschen die dann immer untereinander aus. Und jeder spielt da eine Stunde drauf. Hier kann ich ja mal ein kleines bisschen spoilern. Brian, okay. Oh, das wird ja sowas von wieder ein obligatorischer Dreckspenis. Ja. Hm. Wieso macht er sowas? Und wir machen demnächst auch noch einen Server auf am 31. August. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann euch schon dafür bewerben und in der Probewoche mitspielen. Ich werde noch demnächst mit Luigi weiter die Hawks-Videos aufnehmen, weil wir haben bislang nur einen Teil gemacht. Da muss ich noch mit ihm einen Termin finden, dass wir weitermachen können. Dann lade ich doch noch mehrere Videos von hoch. Joa, das war's dann auch schon mit diesem Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.